Wenn du anfängst, auf deine innere Stimme zu hören und aufhörst, durch die Welt zu jagen. Welche Abenteuer rufen dann nach dir? Wenn du immer ganz vorn bist. Wie fühlt es sich an, einfach mittendrin zu sein? Wenn die Neugier und nicht der Erfolg dein Antrieb ist, über dich hinauszuwachsen. Wohin trägt dich dann dein Herz, wenn du es frei sein lässt? Wo wird deine Reise beginnen? Wo gehst du auf die Suche? Nach Wegen, wenn alle Straßen aufhören? Nach unbekannten Orten, wo deine Sehnsucht auf dich wartet? Und wo Grenzen überwinden dein Mantra wird? Das Lächeln eines Landes auf deinen Lippen liegt. Wo wirst du suchen? Nach Herausforderung. Nach Unabhängigkeit. Dem Echten. Der Kraft. Nach dem Herzklopfen. Nach dem Herzklopfen. Und der Ruhe. Nach deinem Glück. Nach dir. Nach dem Herzklopfen. 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 Vielen Dank.